Ein weiteres sehr nützliches Feature von Photoshop ist der verflüssigen Dialog. Der verflüssigen Dialog wird gerne zu Späßen verwendet, um zum Beispiel die Nase schmaler zu machen, die Augen richtig groß zu machen, karikaturähnliche Gesichter zu schaffen oder die Körper ganz abstrakt zu modellieren. Also eigentlich ein Filter, der für viele witzige Sachen genutzt wird. Tatsächlich ist der verflüssigen Filter aber wirklich ein sehr mächtiges Werkzeug in der Retusche. Und wie genau das funktioniert, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Dafür dupliziere ich mir mal die Ebene, nennen sie verflüssigen. Seit Photoshop CC kann man auch Smart-Objekte verflüssigen. Davor ist es leider nicht möglich, das heißt, wenn Sie CS6 haben zum Beispiel, müssen Sie wirklich auf der richtigen Ebene verflüssigen. Ich habe CC, das heißt, ich kann hier die Ebene in ein Smart-Objekt konvertieren. Wie gesagt, seit CC, also auch CC 2014, so wie hier gerade. Und alle weiteren Versionen gehen dann eben über den verflüssigen Filter, über das Smart-Objekt. Also Filter verflüssigen, hier ist er. Da öffnet sich ein Fenster, das sieht so aus. Und wenn ich jetzt mal ranzoome, möchte ich Ihnen mal jetzt die unterschiedlichen Werkzeuge vorstellen. Die Werkzeuge befinden sich auf dieser Seite. Der wohl populärste ist hier dieser Mitziehen-Finger. Das heißt, ich kann irgendwo hinklicken, sagen wir mal auf die Nase, und kann die jetzt nach oben ziehen zum Beispiel. Oder hier zur Seite ziehen, ich kann das auch größer machen und kann hier zum Beispiel etwas enger machen, den Hals. Hier könnte ich etwas runterziehen. Also ähnlich wie ein Wischfinger nun, dass hier wirklich sehr präzise gearbeitet wird. Und das ist das, was ich eben meinte mit charakterähnlichen oder karikaturähnlichen Bildern. Sowas ist natürlich mit den verflüssigen Filtern möglich. Aber für unsere Retusche oder High-End-Retusche bringt uns das relativ wenig. Deswegen verwende ich diesen Finger, diesen Mitziehen-Finger auch gar nicht. Relevant für mich ist hauptsächlich das Nach-Links-Schieben-Werkzeug, das sich hier befindet. Und die beiden Werkzeuge oben drüber, die ich gleich nochmal explizit erklären werde. Das Nach-Links-Schieben-Werkzeug, muss man sich vorstellen, ist dafür da, um Linien entlang zu gehen. Das heißt, sagen wir mal, ich möchte diese gesamte Gesichtshälfte reinziehen, also in diese Seite. So kann ich wirklich mit diesem Werkzeug einfach die Linie entlang fahren. Nach-Links-Ziehen heißt, wenn ich nach oben gehe, das zeige ich einmal, dann zieht er die Sachen nach links. Wenn ich nach unten gehe mit meinem Pinsel, zieht er die Pixel nach rechts. Gehe ich nach links mit meinem Pinsel, zieht er sie nach unten, gehe ich nach rechts, zieht er sie nach oben. Also, genau, optimal. Das heißt, wenn ich jetzt diese Linie hier mal entlang fahren würde, dann würde er das gleichmäßig nach innen schieben. Könnte ich vielleicht ein bisschen mehr machen. Wenn ich jetzt nun in die andere Richtung fahre, dann würde er es wieder rausziehen. Und ermöglicht die mir so, extrem sauber und extrem präzise hier Verformungen vorzunehmen. Zum Beispiel würde ich jetzt hier so leicht nach innen. Beziehungsweise, es gibt natürlich nicht nur innen, es gibt nicht nur hoch, links, rechts, oben, sondern natürlich auch die Zwischenform. Und genau dadurch ist es so perfekt. Dadurch, dass ich hier wirklich so schräg runtergehen kann, könnte ich diesen Arm rausziehen. Analog dazu, wenn ich hier schräg hochgehe, könnte ich den Arm wieder reinziehen. Und mit dieser Technologie ist es mir eben möglich, Beine, Arme, Gesichter, sozusagen alles eigentlich schmaler oder dicker, breiter zu machen. Schauen wir uns das nochmal konkreter an. Zum Beispiel hier an den Augen. Das heißt, mit diesem Werkzeug könnte ich hier zum Beispiel die Augen auch ein bisschen höher ziehen. Könnte ich hier die Nase modellieren, indem ich hier wirklich Schritt für Schritt entlang gehe. Es müssen ja nicht immer große Sachen sein. Könnte ich hier zum Beispiel hingehen und die Lippenform ändern. Aber all die Sachen werden wir später auch nochmal separat kennenlernen und die ganzen Technologien, die damit eben möglich sind, uns ein bisschen genauer ansehen. Hier könnte ich zum Beispiel jetzt ein Spitzeskin reinmachen oder das Ganze eben rückgängig machen. Ich denke, die Systematik dieses Werkzeuges ist bekannt und verstanden. Wie gesagt, das nach links schieben Werkzeug mein Favorit in der Verflüssigung und generell auch in der Retusche, weil es wirklich sehr sauber ist. Dann gibt es noch das Aufblasenwerkzeug, das befindet sich hier. Mit dem Aufblasenwerkzeug kann ich, wie der Name schon sagt, Pixel aufblasen und zwar vom Zentrum. Das heißt, wenn ich jetzt hier ins Auge reinklicken würde, könnte ich die Augen dadurch größer machen. Allerdings muss ich natürlich immer die Mitte erwischen. Wenn ich das nicht mache, dann verzieht er das sozusagen zur Seite. Ich möchte hier nochmal wieder herstellen, das war jetzt nicht das, was ich zeigen wollte. Aber sagen wir mal, ich möchte die Augen jetzt hier wirklich minimal vergrößern. Und dann analog zu diesem Werkzeug gibt es dann das Zusammenziehen-Werkzeug, mit dem ich eben, wie der Name schon sagt, Sachen kleiner machen kann. Und auch hier der Tipp tendenziell immer eher klicken und nicht ziehen, denn ziehen, da passiert zu viel dann auf einmal. Das heißt eher klicken. Auch das ist natürlich nichts, was man in der professionellen Retusche so in der Form macht. Aber wirklich, hier zum Beispiel, wenn ich jetzt reinklicken würde, würde ich den Ausschnitt hier an der Stelle kleiner machen. Und hier zum Beispiel könnte ich ein bisschen aufblasen und so die Brust vergrößern. Also verflüssigen Dialog, sehr mächtiges Werkzeug, wie gesagt, mit diesen drei Parametern hier. Vielleicht noch ganz kurz, was vielleicht sicherlich das ein oder andere Mal von Vorteil ist, das sind diese Maskier-Werkzeuge. Das heißt, sagen wir mal, ich hätte jetzt hier ein Maskier-Werkzeug und würde ich hier über die Lippen pinseln, in etwa so, und auch über die Augen, grob. Und wenn ich jetzt hier mit diesem Werkzeug arbeiten würde, dann würde meine Augen im Prinzip davon nicht betroffen sein. Auch genauso wenig wie die Lippen. Das heißt, ich könnte hier sicher mich an dieser Nase vergehen, sozusagen, ohne dass ich wirklich die Lippen hier verändere. Ist mir das jetzt zum Beispiel zu viel, will ich die Lippen doch wieder haben, kann ich diese Auswahl hier natürlich wegradieren. Und dann würde es wieder funktionieren und die Lippen würden sich dann mitverformen. Soviel zum Thema verflüssigen. Das Ganze kann ich jetzt bestätigen. Und man sieht hier schon, er hat einen Smart-Filter angewendet. Er hat auf ein Smart-Objekt das Verflüssigen angewendet. Das heißt, ich kann mir das hier problemlos auch ein- und ausblenden und könnte notfalls durch einen Doppelklick auch wieder rein in diesen Dialog und hier vielleicht alles nochmal wieder herstellen oder nochmal Feinjustierungen vornehmen. Das heißt, ich kann mir die Lippen doch noch ein- und ausblendet werden. Das heißt, ich kann mir die Lippen doch noch ein- und ausblendet werden.